So, dann fangen wir endlich mal an mit den ersten Aufgaben. Und das erste was wir hier machen, finde goldene Artefakte nahe des Fire. So, des Fire ist hier in der Mitte, da müssen wir auch hin. Ihr seht, ich habe noch keine Sekunde in der neuen Season gespielt. Ich habe gerade selber geguckt, wo wir hier genau hin müssen. Aber ich denke mal, es gibt auf jeden Fall jetzt Rambazamba und jede Menge Leute, die da rumrennen. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück, damit ihr einfach mal nur seht, was ihr genau machen müsst. Ich hoffe einfach, dass ich wirklich alle drei jetzt direkt finde. So, wir werden in der Mitte landen. Ich habe mich eben auch schon schlau gemacht bei anderen YouTubern. Denn ihr wisst ja, ich komme ein bisschen später von der Arbeit, deshalb habe ich da ein bisschen Erbarmen mit mir. So, wir müssen auf jeden Fall, ich gehe den Weg nämlich jetzt genau andersrum. Und hier oben rennen wir auf jeden Fall noch einen Boss rum. Zack. Ich glaube, hier ist nämlich das erste Artefakt. Ei, 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 das wird lustig. Ah, hier ist nämlich schon das erste. Zack. Wo ist er? Da ist jetzt auch schon mal rechts. Aber, ihr habt es gesehen, da war es schon mal auf jeden Fall das erste. Wir gehen direkt wieder zum zweiten. Ihr müsst halt, wie gesagt, immer da in der Mitte landen. Jetzt ist natürlich das Problem, ihr werdet so wie ich jetzt das Problem haben. Es werden immer wieder welche da landen. Es ist einfach eine Katastrophe, da zu landen erstmal. Aber, ich denke mal, ihr wisst selber, einfach da alles absuchen. Ihr habt es jetzt kurz gesehen, wie so ein Lama aussieht. Und davon müssen wir halt drei Stück finden. Denkt dran, ich glaube, es geht nicht, wenn ihr quasi dreimal dasselbe fangt. Das wird nicht funktionieren. Also, einfach da rumsuchen. Und dann wird das eigentlich easy klappen. Ich meine, jeder von euch wird jetzt sowieso erstmal alles erkunden und habt ihr nicht gesehen. Und, ich denke mal, wir gehen jetzt nochmal gerade schnell hin. Weil, das war das erste. Das zweite war, glaube ich, weiter oben. Aber, wir haben halt jetzt jede Menge Gegner. Aber, die Waffen sind schon nice. Und, denk dran, ich habe noch keine Minute in der neuen Season gespielt. Hab da ein bisschen Rücksicht. Wenn ich dir aber trotzdem schon helfen konnte, damit du siehst, was damit wirklich gemeint ist. Gerne ein Like da lassen. Wenn du bei Custom Games oder bei Level mitmachen willst, auch natürlich gerne ein Abo dalassen. Kostet dich natürlich auch nichts. In Custom Games, macht euch drauf gespannt. Da wird noch ein bisschen was kommen. So, warte mal. Okay, warte mal. Wenn ich mich jetzt nicht eben verguppt habe. Warte mal. Hier. Dann geht's Röppel hoch. Hier rein. Ah, ich muss selber noch suchen. Eieieiei. So, ich suche mich dann selber mal hier durch. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit den Aufgaben. Wenn ihr noch weitere Hilfe braucht, natürlich gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Ja, da ist noch einer. Ich glaube, hier in dem Gebäude war wo noch eins drin. Ah, da ist die zweite. Zack, da haben wir da schon das zweite. Genau, bewusst. Und dann hier links. Hier hat mich. Ne, da ist schon die dritte. Zack. Alles easy in einer Runde. Level 2 geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe wieder. Und haut rein.